Ich steig grad nicht. Okay. Dann flieg ich bis Peshkova durch. Okay. Wir wollen fighten. Wir werden wahrscheinlich einen Peshkova fighten müssen. Wir steigen gleich aus und sofort dive. Dive! Kamikaza! Kamikaza! Ich muss mal gucken. Wo geht Leute? Wo geht Leute? Keine Leute? Wo geht Leute? Wo geht Leute? Du gehst in die Leute. Ich geh jetzt hier in die Mitte. Da wo du bist. Linke Haus. Turm. Ich geh zu Turm. Ich geh zu Dürüm. Zu Turm? Ja. Zu Turm. Also Richtung Turm. So jetzt brauch ich eine Waffe. Eine UMP 45. Oh, G36. Bam, bam, bam. Pokémon. Schnapp's hier dir. Nur ich und du. Nur ich und du. In allem was ich auch tue. Oh mein bester Freund. Turm rette. Turm rette mir die Welt. Hahaha. Scheiße bin ich behindert. Behindert aber glücklich. Nee, das ist meine Automatic. Das ist mein Single Shot. Ich hab das jetzt gepumpt. Okay. Achso und hier ist ein Auto. Sehe ich gerade. Oh, nice. Ja, wir sind sogar fast in der Zone. Ja. Oh, was ist denn das? Ich hab Tasha gefunden. Oh, hier ist eine G36, Bro. Habe ich. Oh, das wird hier in der Nähe geschossen. Just so you know. Ja. Ich such gerade, ob ich was finde. Und dann. So gerade in die Scheune. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Hoffe ich. Hier ist ein Level 2 Helm. Quick Draw. Habe ich irgendwie alles übersehen oder? Weiter noch. Kann sein. Deswegen looten wir ja. Lightweight Grip. Laser Light. Okay. Level 2 Tasche. Habe ich. Okay. Ich grase auch alles ab, muss ich sagen. Warst du jetzt bei den ganzen Scheunen? Okay. Damit ich weiß, wo ich ungefähr. Nur bei den Anfang. Okay. Damit ich halt. Bei der und bei der Nächsten. Damit ich halt so grob weiß, worauf ich achten kann. Und so. Aber. Ja. War nichts besonderes, wo ich drin war. Okay. Ja, und dann. Achso. Hier. Ich hab's markiert, ja. Achso. In der Kirche oder was es ist. Okay. Ja, und dann. Vor der Kirche. Vor der Kirche auf den Kisten. Mhm. In der Kirche gab's nichts, naja. Oh, Kirche war keine richtige Kirche, wenn du so willst. Oh, hallo Alex. Moin. Willkommen auf der Erde, Mister. Schön, dass sie auch mal wieder da sind. Hier ist, brauchst du noch ein bisschen 5 und 6er? Ich würde vermuten. Ja. Droppe ich dir gleich. Okay. Okay. Das sollte eigentlich rasch. Raschen. Ja. Weichen wollte ich sagen. Aber ja. Ganz gut, um dir. Ja. Wie du siehst, habe ich wieder angefangen, PUBG zu zocken. Mit dem altbekannten Abiliten und da sind. Because power level over 9 times. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Hier ist eine Pfanne. Mhm. Treppe hoch. Oh. Energie. Energie. Und die Kamera ist aus, weil mir gerade so fucking warm ist. Brauchst du einen Reddard? Ja. Okay. Hab ich mitgenommen. Ich bin wieder mal. Sehr schön. So muss es sein, Bro. So muss es sein. Immer schön, gut, laut. Im erlobten. Pfff. Sikizaki Kawaisaki. Sehr schön. Oh. Das ist doch ein Sniper. Ja, Mann. Ähm. Ich hab eine M24 und Bullet Loops, falls du eine K gefunden hast. Ja, ich hab eine M24 gefunden. Okay. Ja, so wie ich ja. Ich hab einen Suppressor für SMG, falls du haben willst. Sogar zwei nebeneinander. Ich hab keine. Ich hab keine SMG. Okay. Dann werde ich die nämlich droppen. Ich hab dir aber die Reddard mitgenommen. Und, ähm, Laser Side, falls du haben willst. Ähm, nö, brauch ich nicht. Willst du ein Dreifach? Ja. Dreifach, ja. Siehste, ich bin wie der Weihnachtsmann. Fast so schlimm wie der Weihnachtsmann. Jedes Mal. Oh, du armer. Ja. Aber hey, denk dir, wenn du damit durch bist, kannst du so viel zocken, wie du willst. Hoffentlich. Spätestens beim Studium. Ich kenn's von mir. Hab ich nonstop gezockt und Party gemacht und Geld verholt. Hey, man muss schon sagen, wie es ist. Ja. Ich will ja nicht lügen. Äh. Das willst du? Ja. Okay. Okay, ich dropp dir mal ein paar Sachen. Das, das, das. Und das reicht wahrscheinlich. Hoffe ich. Hier war aber die Tür auf. Kann sein, dass hier jemand war oder warst du hier? Kann sein, dass ich hier war. Okay. Dann lass uns mal langsam in die wunderschöne Saun. Äh, wollen wir das auch noch mitnehmen? Ja. Da können wir ruhig machen. Können wir schon machen, wenn ihnen da nahe ist. Dann komm ich mal ihnen entgegen. Ja. Wo ist denn das Auto? Hier. Äh, Medved Automobile. Ach so. So. Wunderschön. So. Fahrens mal. Noch einmal kurz voll. Danke. Ach ja. Du musst ja tanken. Wie oft musst du denn tanken? Dreimal. Das war jetzt das dritte Mal. Ah, nice. Äh, wo lange soll ich fahren? Warte. Nach Trepp nur bitte. Nach Trepp nur bitte. Ja, dann dreh ich um. So rum, oder? Ja. Okay. Nee. Andere Richtung bitte. Andere Richtung bitte. Genau. Damit die halt von unten kommen. Ich würde sagen, da haben wir mehr. Oh. Du liebst das immer so, komische Strecken zu fahren. Ich merke schon. Ich fahr einfach die Straße hier unten lang. Ja, genau. Das war eigentlich das, was ich wollte. Damit das schön schnell geht. Ja, ich glaube nämlich, dass es Trevno in der Rehe von Trevno sein könnte. oder von, wir von dort halt weiterziehen können. Willst du da erstmal stehen bleiben? Ich will looten, ja. Ich will noch ein bisschen looten. Weil ich hab, ich hab schon noch ein paar Defizite. Ja. Oh, da ist ein Auto. Ist es die Türen auf? Ja, es ist die Türen auf. Dann ziehen wir weiter. Oh, hier fahr ich recht rein. Okay. Oh. Da hat uns keiner gehört, glaub ich nicht. Ne, glaub ich auch nicht. Hier ist Fenster kaputt gewesen. Okay. Okay. Aber ist Level 2. Dann hat hier Randale gemacht. Ja. Randale! Okay. Noch höre ich und sehe ich niemanden. Guckuck. 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 Das ist nämlich mein Mensch. Brauchst du Energy? Äh, ne. Ich hab 5 Stück. Okay, ich hab 4. Brauchst du ein Pangula? Eins kann ich geben. Ich hab keine Pangula. Ja. Okay, dann droppe ich den ein. Okay. First Head. Okay, ich hab noch einen. Okay. Muchas gracias, Senor. Ich werde mich hoffentlich erkenntlich zeigen. Ja, hier ist auch sehr offen, ja. Ja, ja. Das waren definitiv Leute hier. Oh! Guck mal, M24. Ja. Also, ich hab... Jetzt hab ich verreckt, ey. Ich weiß. Ich bin immer hinter dir. Ja, ja. Ich weiß, wie es läuft. Immer hinter dir. Willst du die nicht nehmen? Ja, bitte. Nice. Passt. Willen, wollen... Ja. Okay, nice. Dann... Wie viel Munition hab ich? Ja, ja. Ich hab eine. Ich hab eine. M24. Okay. Okay. Ich will eher immer wieder... Ich bin eher ein bisschen nervös. Das... Das Haus ist irgendwie blöd. Das hat nur... Ja, ja. Genau. Das ist ziemlich blöd. Lass uns mal weiter. Ich will halt nicht... Hinterrücks... Penetriert werden. Ja. Ja, mal hinterrücks. Wo gibt's ein schönes Haus? Oh, hier ist ein First Aid. Ja, hier sind auch überall Türen offen. Ja, wir waren definitiv Leute. Auf jeden Fall, ja. Wir können hier, hier. Das ist übrigens ein Stoffwerk für... Zwar nicht so viele Fenster oben, aber... Man kann ja nicht anfangen. Aber echt. Ich push mal oben, guck mal was da so auf geht. Oh. Ich dachte schon, hier wär jemand. Ja, ja. Ich sag schon, es gibt heute noch einen Teamkill. Ja, Mann. Ich würd sogar lieber das Haus... Eins weiter. Direkt hier nehmen. Ah, ok. Weil das ist näher an der Küste und wir können wahrscheinlich eher abhauen. Falls mal... Bedarf ist. Der Taktiker hat gesprochen. So, dann warten wir noch auf den Disconnect. Ja, aber echt. Aber echt. Der elegante... Disconnect. Grad wenn es darauf ankommt, muss ich... Disconnecten. Ja. Alter, das ist ein Turm. Kann man auf dem Wasser... Ähm... Leuchtturm? Das... Ist es wert, mal abzuchecken, oder? Ja, dann... Warte auf mich. Hahaha. Äh... Ok. Habe ich auch gerade überlegt, ob ich jetzt hinlaufe oder hin schwimme. Ja. Schwimmen ist glaube ich die sichere Alternative gerade. Eine wunderschöne Alternative. Eine wunderschöne Alternative. Ok. Und jetzt dringend abbiegen. Ach, die haben wir... Hat er keine Tür, hm? Nope. Egal. Dann direkt... Schmeißen. Egal. Dann lass uns einfach hier hoch zu dem Haus. Also hoch meine ich wirklich hier hoch. Oh, guck mal, da hinten kommt ein Loot runter. Also weiter weg, aber da könnten wir... Ach so, ja, ja. Ja, wir haben's... Warte, können wir die von hier beschießen? Lass uns mal hier hoch. Weil hier haben wir Überblick. Ja, Mann. Warte, eine kurze Notierung. Ja, ja. Ey, warte, das geht ins Wasser, oder? I don't know. Ja, ja, ja doch, das ist im Wasser. Warte, ich tag mal die Location hier ab. Dann können wir gucken. Okay, hier ist schon mal nix. Ist es im Wasser? Ja, ja, das ist auf jeden Fall im Wasser. Wir brauchen nur ein Boot jetzt. Ah, stimmt. Ich hab's gesehen. Da ist es. Haben wir hier ein Boot? Okay, jetzt geht's weiter. Ähm... Was ist da eigentlich? Da sind aber einige. Was denn? Guck mal, da ist Loot. Ja, da ist... Hier, wo ich markiert habe, ist auch eine Kiste. Ehrlich? Okay. Ja, geil. Dann schaffen wir das ja unsere... unsere Dinger zu machen. Ah, ich muss jetzt erst mal... Alter, ist das grad weggespawned? Ne, das ist immer noch dort. Da ist es. Ich hab's mal markiert. Ja. Ja, Mann. Jetzt fehlt nur noch ein Boot, Bro. Ganz hinten eins. Genau. Hast du eins? Ja. Ja, ich schwimm grad da hinten. Ah, okay, nice. Du kannst, du kannst am Wasser warten. Ich komm jetzt. Ich schwimm einfach mal entgegen. Äh, schwimm da mal hin. Vielleicht überlebe ich's ja. 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 Ja, Mann. oph... Wie soll ich jetzt jetzt ¿In要merkommen? Ja. Oder. Gyasi ir national, immer hier. Ich freue mich aber bitte nicht mit Ihren Boot. Ich will noch genau auf dich drauf. Ja, das merke ich schon. Nein, divine kurz und dann mal. Unter opsない die Erde bitte. Ich freue mich so auf dich. go rechte seite biete rechts genau rechts genau ist ja markiert ja da ist noch alles drin da ist es auch alles drin da ist noch alles drin mk 14 ist die gut ja okay hab's geholt let's go ja siehst du ja da war doch der eine dennoch gespawnt ist vor uns irgendwo warte es war vor uns also ich habe gerade den überblick verloren es war hier irgendwo es war nicht das war nicht zu weit weg braus war nicht zu weit weg du bist schon zu weit weg es war in der nähe ja es war in der nähe von dem immer zu recht in die richtung wurde ist das ja da in ja da irgendwo habe ich hier hatte ich das gesehen weil da war noch rauch sogar da vielleicht hat es auch jemand gelutet guck mal vor uns ist die eine kiste ist es die ja die war echt hier in der gegend ich habe die auch markieren sollen aber das ist die andere nächste ist gerade nicht mehr braun dann lass uns mal da wo ich markiert habe da lieber hin da kommen wir hoch ja 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 weil wir können jetzt nicht die ganze zeit im wasser bleiben oder willst du hier ist gar nicht mal so verkehrt ja ja und wir sind auch in der saison von außen kommt da glaube ich auch niemand ja ich bin gerade hoch ja ich habe nämlich sein und sei jetzt auch ja ich weiß komm mal her ich will dir was geben am besten nimm komplett schmeißen wir mal deine m24 rüber ok weil du kannst ja eher damit umgehen ja deswegen uns mit silencer dadurch eher sniper rechts von uns habe ich glaube ich jemanden gesehen grad ich will jetzt nicht lügen nee aber könnte schon sein dass da jemand irgendwo ist außerdem bist du wie gesagt eher mit silencer ähm wir müssen weiter ich belege grad lass uns durch die häuser genau durch die häuser und dann direkt weiter haben wir die häuser als sicherheit ich trink mal ein energy wegen dem kleinen schaden ja ich geh mal so zu den häusern ich muss wieder taktiker brain auspacken weiß halt nicht ob hier jemand ist ja ich trink jetzt ein bisschen brauchen sie irgendwas ok da hat jemand mit silencer vor uns geschossen 190 grad rum ja so ungefähr es ist nur eine wir sind noch nicht in der sonne ich wollte einfach nur hier durchbrennen warte was genau ich trink jetzt sogar noch den dritten von der energy so warte ich nehme mal was habe ich jetzt aufgewählt frag grenade ok sicher ist sicher kurz die zone abchecken ok wir sollten safe sein weil wir haben auch eine gute erhöhung grad die wir als sicht wollen wir zu dem sendeturm rechts wenn es in der zone ist ich glaube ja das ist in der zone ja 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 oder ne ich glaube nicht oder doch doch ist sogar in der zone doch das sieht der runde gelbe punkt auf dem hügel da ja ja könnte halt so sagen dass da leute sind aber warte jetzt oh guck mal der ist halb drin ja in den nächsten der ist so ein bisschen drin ja und das ist background lass uns mal rechts rein genau ja hier ein bisschen aufpassen nicht dass hier welche irgendwann stein stellen und die rennen vorbei ja deswegen gehe ich mal kurz hier vorbei ja hier noch platz ja 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 guck hier könnte man notfalls selbst wenn der turm hier nicht mehr drin ist könnte man hier am stein schellen oder so ja ich überleg glaube dass ich hier vielleicht mal kurz die Lage abchecke achso da hinten ja damit ich zumindest leute markieren kann und du nimmst da auseinander ja ich sehe da ein ja 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 ich kann leider nicht schießen ja zumindest sollte ich nicht schießen das hört man dann das wäre ihr nachteil für uns ja man stimmt schon ja das stimmt schon ich glaube ich beim cosmodrome direkt irgendwo bro also ich würde sagen hier irgendwo ich kann es nicht markieren rechts da irgendwo da sehe ich auch noch einen da irgendwo ja hier 220 da war gerade einer ok und der eine rennt die die könnten halt in unsere richtung rennen ok der eine sitzt hinterm haus ok einer ist nein 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 das war in der nähe irgendwie rechte seite das war aber richtig nah ja man ok wir müssen langsam pumpen nach vorne so langsam ja wir sind noch gut safe du bist eh schon in der zone du bist drin ja ich hab angst um den hier rechts ja ich versuche ihn zu finden bro ich versuche ihn zu finden ja ich versuche ihn zu finden weil aber ich hab ihn da da bei der rakete bei der rakete bei der rakete hinten am ende von der rakete da er ist noch in der zone ja ja jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen gesehen ja ich glaube der sieht uns der guckt auf uns ja ja ich weiß ja der ist direkt an der rakete sobald er guckt habe ich den auf der echte seite da läuft zwei hits der ist der ist jetzt hier an der an der mauer an der mauer und dem zaun ja ok also erstmal der zaun und dahinter ist so eine mauer siehst du das granate ich war das ich war das ok ich versuche mein glück damit er auch halt von den anderen ja ein bisschen weiter links damit er halt auch von den anderen noch ein bisschen gefickt wird weißt du wie ich meine ja man ok links hat jemand geschossen die explosion richtig der ist dann erstmal links er hat gesmoked war das deine ne ne er hat gesmoked achso das ist der rechte ok ja aber links war auch jemand ja ja ich weiß links ist auch jemand ich weiß noch nicht wo ich weiß ok wir müssen eh gleich los deswegen ok ich mach das jetzt so ich geh eins weiter zu dem stein ja ich hoffe ich bin safe ich bin noch nicht in der zone aber der eine läuft da ok beim rauch hab ich jetzt gesehen wo ist denn der eine der eben grad geschossen hat ok vor mir hat jemand gesmoked ja wir müssen jetzt auch bei ok hinweg rennen ne ne komm zu mir komm zu mir komm zu mir ja ja genau das ist der typ der ja ja komm zu mir weil ich bin hier richtig ich bin hier safe ja ich geh hier noch weiter rein und ich versuch den zu kühlen ja ok ich bleib weiter hinten wir haben ja noch zwei der kommt gar nicht da ist er da ist er der kommt der kommt oben oben über dir hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn leucht leucht und wir sind noch in der zone heil dich ok nice komm mal ein bisschen zu dir ich muss vielleicht auch mal ein bisschen looten energy wäre nicht verkehrt hat er noch irgendwo wo ist denn der gestorben der eine hier am baum und einer oben hier am baum ok nice ah ne der war knockout am baum ach so doch da ist er ich dachte grad wo ist er ja ok ich baue hier grad mal meine sniper kurz auf halten sind oh rechts von mir einmal an der mauer würde ich sagen bro äh digga hier ist noch ein äh silent warte ich geb den dir an der mauer musst du mal aufpassen an der mauer vor uns rechts von mir vor uns rechts ok hier hast du deine ok nice danke wo ist denn die mauer hier vor uns direkt hier vor uns rechts da da glaube ich war er aber wir können hier bleiben wir sind fast in der zone oder was ja an der brückenecke war glaube ich lass uns erstmal hier bleiben weil wir sind wir haben es jetzt einfach in die zone zu kommen die müssen pushen die müssen pushen wir gehen einer rennt ja ja auf der brücke ich habe doch gesagt ich rieche es ich rieche es ich rieche unseren win best der letzte war glaube ich auch noch der den ich davor abgeschossen habe kann sein der da von einem riesen hügel da kam siehste wenn du mal nach einem taktiker spielst dann klappt das immer bis bis Vielen Dank.